Ja Lars Weibel, es gibt keine Nationalmannschaftszimmerzüge im November. Warum war der Entscheid jetzt unumgänglich? Ja, das sind viele Faktoren, die da reingespielt haben. Hauptsächlich sicher die aktuelle Situation rund um Corona in der Schweiz. Unsere Bedingungen sind natürlich erschwert durch die Ein- und Ausreisebestimmungen, nicht nur von uns, sondern auch von unseren Gegnern, die wir haben, international. Und nicht zuletzt hat es jetzt natürlich noch gehört, dass wir jetzt oftmals Risikoland sind und nicht andere haben zu uns kommen müssen. Wir haben das sauber abgeweckt und müssen sagen, genau jetzt unter diesen Voraussetzungen ist es einfach wirklich schlicht nicht vertretbar. Hat es auch ein bisschen Druck gegeben von den Klubs in der Schweiz, die gesagt haben, sie würden jetzt ungern ihre Spieler abgeben und dann noch in ein Risiko reinlaufen? Ja, das ist uns sicher klar vermittelt worden, ihre Haltung, die es absolut zu respektieren gibt. Nein, wir versuchen eigentlich unsere Entscheidungen immer im Sinn des Sportes, im Sinn des Athletes zu machen, aber natürlich auch vernünftig. Wir respektieren so ein Voting von Seiten der Klubs selbstverständlich. Wie gesagt, die Spieler sind immer die gleichen, für die haben wir alle die Verantwortung. Und wir als Nationalverband auch noch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, wir haben die Verantwortung auch als Vorbildfunktion. Wir versuchen aber wirklich, wie soll ich sagen, reife und gut überlegte Entscheidungen zu machen. Wir müssen da, wie gesagt, Reisebestimmungen, Agreements, die wir mit anderen Turnieren haben. Wir haben da recht viele Abklärungen und das wollen wir sauber machen. Am Schluss ist sicher klar, es soll nie so ein Entscheid auf den Schultern von Spielern sein, die dann irgendwie unter Druck kommen. Aber ja, ich persönlich und wir alle bedauern das Äusserste, weil eben das ist immer auf Kosten vom Sport und nicht nur von einzelnen Geschichten, sondern eben auch von der Weiterentwicklung und den hohen Zielsetzungen, die wir auch haben. Und wir haben keine geschlossene Liga. Das heisst, wir müssen langsam, aber sicher dann schon auch wirklich gut überlegen, wie soll das weitergehen, wenn es so weitergehen würde. Dann reden wir schnell über die A-Nationalmannschaft. Die A-Nationalmannschaft, die hätte im November der Deutschlandcup gehabt gehabt. Jeweils ein wichtiges Turnier, eigentlich auch zum Prospects hineinzuführen. Also neue, potenzielle Nationalmannschaftsspieler. Mit dem Dezember wäre das WM-Vorbereitungsturnier in Fischb, das Heimturnier. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das zu klappen kommt? Und inwiefern ist die Absage vom Deutschlandcup etwas weniger Gutes für die Nationalmannschaft da? Also eben, wie ich gesagt habe, es ist natürlich qualitativ, merken wir es schon auch langsam. Wir müssen uns eben Gedanken machen, wie weiter wir haben WMs. Wir haben keine geschlossene Liga. Wie geht das weiter? Es ist ein bisschen zweischneidig Schwert. Auf der einen Seite müssen wir in unserem Job langfristige Ziele, langfristige Planungen machen. Auf der anderen Seite kann es jeden Tag auf der Europa- oder auf der Weltkarte, wo wir unterwegs sind, ändern. Und das braucht so ein bisschen eine Balance zwischen strategisch und Ziele langfristig verfolgen. Aber kurzfristig müssen wir unglaublich schnell entscheiden und evaluieren, was können wir machen. Also bei uns im Moment, und so ist auch der Entscheid im Deutschlandcup gewesen, geht es eigentlich nur über den Plan A, den die Prio hat. Du musst einen Plan B parat haben und dann auch noch einen Plan C, wo dann ein bisschen die Geografie ist. Und ich kann sagen, dass Novemberbreak ist für uns einfach die Evaluation gewesen, auf welcher Stufe war es. Und wie gesagt, wir haben auch ein Commitment gegenüber Verbänden, die uns Unterstützung zusichern, wo wir auch verpflichtet sind, unsere Programme und Spiele weiterzuentwickeln. Aber die Frage ist am Schluss immer, wie viel Aufwand, Risiko und Output hast du am Schluss, um etwas durchzuführen. Und da müssen wir, ob es uns gefällt oder egal, wie gross unser Sport oder Herz ist, müssen wir einfach am Schluss einen guten Entscheid herbringen. Der ist situativ nur auf den November bezogen jetzt. Jetzt ist es gefährlich, weiter zu spekulieren. Wir wissen nicht, was läuft allgemein in der Schweiz, wie ist die Situation mit dem Virus. Aber ja, es kann definitiv nicht so sein, dass man jetzt einfach immer die Salami-Taktik fährt und immer wieder voller Optimismus weitergeht und am Schluss die Sägel streicht. Wir müssen unabhängig von allen Stakeholders für die nächsten Zusammenzüge-Lösungen haben. Noch eine kurze Frage zur U20-Nationalmannschaft. Da geht man davon aus, dass das Turnier, die WM, Ende Dezember, Anfang Januar stattfindet, auch in einer Bubble. Also da ist man eigentlich eher noch zuversichtlich. Jetzt haben sie aber gleich, Testspiele werden schwierig. Wird der Zusammenzug kurz vor der WM das Einzige sein, wo die U20-Nationalmannschaft noch Zeit hat zum Testen? Das wird so sein. Wie gesagt, die Spiele effektiv sind nur in Edmonton im Bubble machbar und auch nur zu verantworten. Auf dem Schweizer Boden müssen wir jetzt wirklich gar wenig extrem viel machen. Zum Glück haben wir im Juli testen und haben gute Gegner gehabt mit den Deutschen. Die Deutschen haben auch mit dem besten Kader. Von dem leben wir jetzt eigentlich ein bisschen. Insofern haben wir dort keine Panik. Es geht ja eigentlich allen gleich. Von dem her können wir uns auch noch ein bisschen trösten. Aber es ist sicher so, dass wir wirklich sehr optimiert denken, dass die Spieler so früh wie möglich zusammenziehen können, damit wir dann auch wirklich auch sportlich das Bestmöglichste aus dieser Situation machen können. Noch schnell abschliessend. Das 2020 hätte eigentlich ein grosses Jahr werden sollen für zumindest einmal die A-Nationalmannschaft. Mit der Heim-WM und allem drumherum. Jetzt sind es ein Tier nicht stattgefunden. Es finden Zusammenzeuge nicht mehr statt. Also was es gegeben hat, ist im Sommer kurz etwas gewesen. Was würden Sie sagen, wie wird das 2020 Ihnen vor allem mal in Erinnerung bleiben, wenn es jetzt einfach so weitergehen kann? Ich glaube, dass das Jahr allgemein in Geschichtsbücher gehen wird. Und wie sich Kinder mal fragen oder die Nachkommen, bist du dort auch dabei gewesen und hast du das erlebt? Da gibt es Kämpfe gleich. Aber das geht weit über den Sport aus. Und ja, bei unserem Sport ist es extrem. Aber ich glaube, da profitiert man auch wieder, wenn man selber noch mal Sportler war. Man muss lernen, eine Situation anzunehmen, wie sie ist. Nicht hinterfragen. Man muss versuchen, das Beste daraus zu machen. Und einfach immer den unermüdlichen Antrieb wieder zu können, etwas daraus zu kreieren und etwas zu gewinnen oder etwas Gutes zustande zu bringen. Und ich glaube, das hilft jetzt extrem, wenn man den Ehrgeiz hat und den Wettkampfgeist. Weil, ja, sonst nebst der Portion selbstironie, würde es sonst langsam trist und schwierig werden in dieser Situation. Ein spezielles Jahr, glaube ich, für alle.